hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minecraft mario party und ja ich würde mal sagen ich schon mal wieder in der runde rein denn ich habe jetzt keinen bock um den heißen breit zu reden also bis gleich hallo und ja ich wäre jetzt in der runde das gab schon der erste paluten ok schon gut hier des tages wird ja also ich gönne mir wieder mario spiele und erklärt ist schon alles und ich hoffe jetzt wird es eine bessere runde bessere runde als in der ersten folge weil da sind wir ein bisschen haben wir besser verkackt aber nur ob ihr es jetzt wisst warum ich jetzt so ein bisschen so komisch rede und so ich schaue gleichzeitig auf den chat und ja ich rede du und es beginnt feld startfeld und wir füllen und wir bekommen ne fünf und weiß also schon mal ein guter beginnt wo sind wir hier alle so 19 wie geht's denn wir sind auf platz 2 60 fälle bis zum ziel auf fahr ich habe eine große runde genommen du bist gleich teleportiert ja komm wir recken alle zerstören okay wir zerstören vielleicht doch nicht abstauben abstauben ob schlau ob schlau ob schlau ob stauben oh gott zwei hp und ja 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 4 gott gott ok da haben wir den Komm, 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 komm her Und wir sind Zweiter Nice Ja, also ich muss schon sagen Fängt ziemlich gut an Hallo Gus in Simon Und wir bekommen eine 2 Oh Gott, oh Gott Auch noch einmal eine 2 Okay Flagg Dragon nicht aufgelegen Ähm, ja Wie geht es euch zu? Ja, gut, würde ich mal sagen Übersicht, wir sind auf Platz 4 Auch runtergerutscht Ähm, One in the Chamber Ja, ob so mein Lieblingsspiel ist Also mein Favoritespiel Würde ich nicht besonders Oh Gott, muss kurz aufstoßen Sagen Aber Ähm, ja Gut aufgeräumt Ah, da wurden wir abgestoppt Ähm, ja, 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 ja Okay, da ist jemand Nö, da unten ist aber jemand Da springen wir mal elegant runter Und der tötet uns Nein Komm schon, warum ist hier eigentlich niemand Ist so unfair Ich bin immer da, wo niemand ist Hat er gerade auf mich gezielt? Oh, ist hier eigentlich niemand So, komm schon Bitte Platz Komm schon, bewegt dich Mh, ja So, zweiter Oh Hallo Oh Gott Stirb, stirb, stirb Rekord Dritter Platz Ich wäre vielleicht sogar noch zweiter geworden Hätte ich die jetzt getötet Die hätte bestimmt nur noch so 3 HP oder so Hätte ich die jetzt getötet Oh, da wäre ich zweiter geworden Und eine 6 Ja Und jetzt Eine 2 Ja Kann man machen Acht Felder nach vorne Nice Und welcher Platz? Zweiter Nice Oh, so gefällt es mir wirklich So gefällt es mir Farbschlag Warte mal kurz Kurz was klicken Okay Jetzt kann man weitermachen Oh, wir haben Naderac Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie so eine Taktik gibt oder so Aber das einzige, was ich hier mache Ist einfach nur richtig dumm rumrennen Ja, benutzen wir mal die Items Wir sind erster Oh Nein, also ob ich gehabt habe Hallo Warum spielst du nicht? Ich will Gegner haben Okay Ich will auch nicht sagen, dass ich gar nicht das Beste bin Ich bin nicht besonders der Beste In Farbschlag Ich bin ziemlich schlecht Ich konnte hier bis jetzt noch nie gewinnen Oder irgendwie so eine Top 3 Platzierung haben Komm, 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 wie lange noch? Noch 80 Sekunden Oh, komm, wir müssen das durchhalten Wir müssen das durchhalten Wir müssen das durchhalten Komm schon Oh, nein, 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 nein Oh, wir sind dritter geworden In der letzten Sekunde Wir waren die ganze Zeit auf Platz 2 Und jetzt sind wir dritter geworden Aber ja, gut Ist gut, ist gut Ist nicht gut Ist auch nicht gut Jetzt gab es eine 4 Ja, das schlägt uns jetzt wieder zurück Würde ich mal sagen, oder? Ja, Platz 3 Er hat noch 40 Felder Wir haben noch 44 Felder Ampilgern Oh No Was kleines, feines Kann man mal machen Okay, Ampilgern Come on Und go Ich gebe Ich gehe nicht auf Risiko Okay, das war knapp Kein Risiko Oh, wir haben uns bei Stopp Ey, wirklich kann ich nicht einmal Zweiter werden Okay, okay Und Zwei Okay Eigentlich spielen wir wirklich ziemlich gut Aber halt Wir können einfach nicht würfeln Wir haben einfach nur richtig Pech im Würfel Zwei und zwei Wir waren so gut Aber wir sind Erster Nice Mit The Dark Lord Elytra Rennen Okay, jetzt Jetzt kommt Ein Spiel Wo Also Was ich nicht besonders gut kann Fliege mit deinen Flügeln Durch die Ringe Und erreiche das Ziel Ja Elytra Rennen Das Spiel beginnt in 3, 2, 1 Sekunde Okay Nein 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 Oh man So knapp So Erster Fünfter Und das sind wir hängen geblieben Ziemlich weit unten Was aber vielleicht Ja Weiter 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 so 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 und jetzt runter 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 und hoch runter 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 und hoch hoch nicht geschafft und dann hat es schon geschafft wie ich sehe nein hat verlassen da ist jetzt erst geschafft und ja okay okay nix ist passiert nix passiert komm wir können es doch vielleicht schaffen vielleicht vielleicht Es ist wirklich nicht lustig Siebter Platz okay Aber bitte komm schon jetzt muss ich wirklich irgendwas gescheites würfeln damit ich weiter vorne bleiben also auf jeden fall eine 6 wäre ziemlich nice Und Minecraft gott falls ich dich falls es dich gibt jawoll vielfältig nach vorne also als würde ich jetzt eine was hätte ich jetzt eine 6 gewürfelt nice 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 auch nur schleimte slime time so nach vorn nach oben nach oben ja keine ahnung ob man hier nach unten schauen soll und nach oben ich schaue erstmal nur nach oben So und So und go Wohin 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 Ich weiß wirklich nicht wohin ich kann das einfach nicht So dann gehen nach oben hier nach oben und hier auf goldblock ja da drauf dann da drauf und Wohin So So Ach Gott So nochmal 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 und dann hier drauf Hier drauf Hier drauf Hier drauf Hier drauf Und dann da drauf Das hat es schon geschafft Hier drauf Nein 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 Oh Mann Dritter komm schon Das können wir noch Oh Gott Oh Gott Vierter Oh Mann Wir waren schon wirklich ziemlich gut Aber wir haben uns dann immer halt den Kopf an der goldenen Platte an der goldenen Plattform gestoßen Sehr viel Da Wir müssen jetzt noch insgesamt 30 Felder 30 Felder bis zum Ziel Fünfmal am Stück eine 1 Ja Ja das ist das nicht mal Pech Oh Oh Jetzt sind wir wirklich ziemlich hart nach hinten Stabilisiert worden Minengefecht Achso das ist das was wir auch schon in der ersten Folge gesehen haben Ähm So Minengefecht Äh Ich geh mal auf Spitzacke Und dann Gab ich mich mal Hier rein Rüstungteile bitte Gedenkt welche Rüstungsteile Oh ich hör schon jemanden Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Komm schon komm schon Komm schon Ja Das werde ich mal abstauben Oh das ist einer Als ob wir jetzt gegen die gestauben sind Matu Wie konntest du mir das antun Na gut Ähm Ja kurzer Cut Bis gleich So Der Dark Lord Wo der Erste und Matu Der uns besiegt hat Und zeig ich nicht Matu Da steht M4 Ttu Sag ich einfach mal Matu Ja Der ist Zweiter geworden Also wir haben gegen den Zweiten verloren Und Ja jetzt sind wir wieder 606 oh fuck Der ist definitiv als Erster Da Da Der braucht nur 17 16 Eiser Boden Ja Wollen wir mal schauen Ob meine Jump and Run Skills Hier Irgendwas beweisen können Und ja jetzt auf der Aufnahme Wirds bisschen verpixelt sein Ich weiß Ich weiß Auch ne Ich sehe doch schon Es lag Der eine wollte uns den Weg abschneiden Okay So Ich habe irgendwie das miese Gefühl dass ich wegen irgendwelchen Aufnahme lags Verlieren werde Verlieren werde Habe ich irgendwie so das Gefühl Okay Einer schon ausgeschieden So Oder auch weil ich sehr richtig dumm bin Eigentlich kann ich sowas Weil Ja Mario Party Zeug ich schon manchmal so mit Freunden und so Und da bin ich eigentlich hier immer voll gut Aber Ja Aufnahme Stress Und Bleibt Spaß Ich will jetzt keine Ausgehen suchen Also es ist einfach nur ein Fehler von mir Ich war halt ein bisschen dumm Dumm im Kopf Und ja wir verstehen eigentlich Wirklich muss ich sagen Ähm unsere Gute Platzierung In Ähm Der Gesamtwertung Wer spielen wir gerade wirklich Muss ich sagen Oh god oh god Ich muss gleich kurz aufstoßen Zehnter Platz Oh god oh god Okay Kann man Zehnter Platz Top ten Ja Okay Kann ich mal sagen Und jetzt bis in der 603 Wisst ihr Und so viel spielen wir wirklich Jetzt unsere Führung in der Gesamtwertung Oder halt unsere gute Platzierung Nicht Führung Wie er führt Nein bis jetzt noch nie Aber unsere gute Platzierung Das verspielen wir die ganze Zeit Jetzt sind wir dritter Der braucht nur elf Felder Freier Fall Okay Wollen wir schauen Ob ich das jetzt mal schaffe Und Ja Oh god Okay Durch die mitte glaube ich War das Durch die mitte irgendwie Habe ich letztes mal den Besuch geschafft Nein 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 Oh god Ja 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 Oh god Ich habe nie die Ahnung wo das Wasser ist Nie Oh god Ich bin so nervös gerade Weil ich will wirklich jetzt Gewinnen Ich will jetzt wirklich gewinnen Oh fuck Komm schon Ich habe schon die zweite geschafft Und wir schaffen das nicht mal Eigentlich ist mega easy Eigentlich Aber ich schaffe es einfach nicht Aber ich schaffe es einfach nicht So Jetzt Gut 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 Ähm so 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 Oh wir hatten es beinahe geschafft Beinahe Beinahe Wirklich Ey Als ob ich muss mehr Graffiti zocken Ich muss wirklich mehr Graffiti zocken Mann Oh god Ey wirklich Oh god Ey ne Ich bin weg Ich bin weg Wirklich ey Hör mir auf Ich schaue nicht mal in die Gesamtwertung Wirklich ey Hör mir einfach auf Das so deprimierend Ja vierter platz Ja vierter platz Reisen nach Rio Nach Jerusalem Nö Oh ne Oh ne Okay Komm schon Wenn die Musik ausgeht Erscheinen Lohren Ja ich weiß Ich kenne den Spielmodi Okay Come on Ja ich mag es hier so richtig gerne Nachzusingen Da hätten wir einen Wagen Komm schon Jawoll Okay das kenne ich nicht Oder kenne ich das Es kommt irgendwie bekannt vor Jawoll Nice Nein 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 Ey als ob Als ob Ich war doch davor Ich hab so richtig drauf Ich hab so richtig drauf Wer gewinnt und es gewinnt M4 2 Jawohl Jawohl Zweiter Nice Ich dachte ich werde dritter Nice Oh Gott okay jetzt 5 okay okay Oh gut 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 Und Ne 5 Jawoll Neun fälle davor Davor okay das könnte vielleicht eine Top 3 platzierung sein Bitte bitte Jump and run Er braucht nur noch ein Feld Oh Gott oh Gott oh Gott Jetzt wird es wirklich ziemlich spannend Weil ich habe eigentlich auch eine Chance Zu gewinnen Aber ja Jetzt kommt jump and run Jetzt wird kacke ichs Ja Kann man sehen Okay Hier weiter nach oben Okay Hier öffnet die gar nicht jemand Die Kiste So 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 Hä Hä Ey ne Ey ne Och komm Ey als ob jetzt wegen dem einem lag Als ob Ich muss mich jetzt wirklich zurück teleportieren weil Ja Ich konnte es selber sehen Ich bin leider so richtig aufgeregt So Also Hä Hä Warum leckt es so hart Oh Gott Oh Gott oh Gott oh Gott Okay Ah Gott Ne Ob spawn ich auch hier unten Ey wegen Scheiß Server Bugs Ey ne ich kann es vergessen wirklich komplett Ich kann es vergessen Ich schaff es nicht mehr Oder doch Nein Okay 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 Er fällt tot springen ja Gute Idee So Ähm wohin 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 Ah Wie schlecht ihr seid Hdf Einfach Oh Äh Fünfter Okay Okay Top 3 Top 3 vielleicht solche Loops Äh wirklich ich hasse einfach solche spieler Das sind bestimmt so richtig kleine kiddies Die sie jetzt einfach nur fühlen weil sie so richtig weit vorne sind Seid leise Ja Ja Wie viele Sechs Felder Ja Das wird nichts ich glaube das wäre einfach nur Platz 4 Das wird Platz 3 Jawohl Nice GG Also Platz 3 Schon nice Würde ich mal sagen GG Ähm Und ja Ich würde mal sagen Falls euch die zweite Folge von Minecraft Mario Party gefallen hat Dann lasst du eine kleine Lass eine positive Bewertung da Ich sag bis jetzt immer kleine aber eigentlich ist ja positive bei mir Ja Also Falls es euch gefallen hat Dann lasst du eine positive Bewertung da Falls ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt Dann lasst auch ein Abo da Und ja Das wäre es von meiner Seite aus Haut rein und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao